Hi! Hallo! Wohin geht's? Fußbutra Straße. Was für eine Straße? Fußbutra Straße. So eine Straße existiert hier nicht. So eine Straße gibt es hier nicht. Fußbutra Straße. Hier in Hamburg. Oder? Es gibt hier keine Fußbutra. Es gibt keine Fußbutra. Bist du keine Tasi? Bist du eine Tasi oder du bist keine Tasi? Wir sind hier in Hamburg und nicht woanders. Was heißt du schon? Ist hier eine Tasi? Ja, ein Taxi. Fußbutra. Es gibt keine Fußbutra. Hamburg, machst du Ausbildung oder warum? Du weißt nicht. Du lernst jetzt? Es gibt so eine Straße. Fußbutra. A, B, C, D, E, F. Fußbutra. Kennst du eine Fuß? Kennst du eine Butra? Kennst du eine Straße? Es gibt keine Fußbutra Straße. Mann, Gott. Fußbutra in Hamburg. Ich gebe das im Navigationssystem ein. Du wirst sehen, es gibt keine Fußbutra. Taxi. Warum? Hast du die Farbe draußen gesehen? Wie war die? Ich weiß es nicht. Ja, ein Taxi. Hast du oben das Schild gesehen? Ja, ich bin es hier. Aber du nicht Straße. Keine Hamburg. Du machst jetzt Ausbildung? Ist deine Ausbildung für Tasi? Hast du schon mal einen Ausbilder gesehen? Der Ausbildung macht zum Taxifahrer? Guck mal, mach es mal bitte. Fußbutra. Ja. Guck mal draußen. Keine Regeln. Ich muss meine Fußbutra Straße gehen. Hier. Fußbutra gibt es nicht. Fußbutra. Gibt es nicht. Und jetzt? Ja, dann ruf an. Weißt du, wohin zu gehen? Fuß... Ruf an. Frag, welche Straße es ist. Ich sag immer, hast du mir geschickt. Fußbutra. Warte, und was ist, wenn die Straße nicht richtig ist? So, steh. Was steh hier? Fußbutra Straße. Ja, Fußbutra. Nein, Fuß... Fußbutra Straße. Was? Ich hab was gesagt? Du hast Fußbutra Straße. Fußbutra Straße. Fahr, 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 fahr diese Straße, bitte. Yes, fahr. Wo hast du denn dein Deutsch gelernt? Wo? Du hast deine Tasi gelernt. Du magst jetzt immer noch Ausbildung. Ich sogar, ich kann Fußbutra. Ich finde. Ja, du solltest, glaube ich, nochmal weiter zum Deutschkurs. Bitte, bitte. Fußbutra. Mach mir nie so aus, bitte. Bist du Indisch Fußbudda Straße? Was ist denn los bei dir? Mein Auto geht nicht an. Wegen der. Ausbildung. Fußbudda Straße. Bis zum nächsten Mal.